Was geht Jux? Wie versprochen ne? Also schaut wie lange das Video ist. Ja auf jeden Fall schaut bei mir bei Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall streamen und joint noch meinen Discord auf süß. Hallo, hallo. Servus. Guten Tag. Guten Tag. Kann man ihm weiterhelfen? Einmal kurz warten hier. Ja, okay. Und wie geht's euch so? Gut und dir? Auch mir geht's super. Am wichtigsten wäre es sich erstmal umzuziehen, weil sie sich schon aus wie Kaju. Aber ich bin auch ein Realer von Kaju. Ja, aber die Schuhe gehen auf gar keinen Fall. Ja, hallo. Ich bitte dich einmal dich umzuziehen. Ich bin aber auch ein Realer von Kaju, ja. Ja, aber es geht nicht, dass man auf den Server kommt und jetzt Kaju rumläuft. Okay, dann ziehe ich mich um. Was bekomme ich nochmal ein Geschenk? Könntest du nochmal ein Video? Ein Auto mit Fulltuning. Pah, warum? Das ist ein Geschenk in unserem Staat. Pah, sehr süß. An alle, die gerade einreisen. Die Arme, die sind süß, ja. Die sind irgendwie süß. Besonders der Kleine. Ich glaube, der macht zum ersten Mal die Einreise, ja. Ich glaube gerade den ganzen Weg, ja. Ich glaube den ganzen Weg. Hä? Wurde ich von dem Sargon, hä? Drift, Shift, Lift und Tift. Und das alles ergibt nichts. So, hallo? Pah. Hallo? Hörst du mich? Ja, ja. Ich habe gehört, du brauchst eine Frack. Ja. Also hier bin ich. Wir nennen uns Glatzis. Glatzis? Ja. Ich habe keine Glatze, leider. Du kannst ja aber ganz schnell eine machen. Einfach nur, ja, mich die... bin ich geliebt. Okay. War ich gestern hier, wir haben wegen mir, wurde Army aufgelöst und joa. Pah. So, Clash of Clans oder Clash of Clans, sag du. Uh, Clash of Clans. Clash of Clans, bist du dir sicher? Ja, mach jetzt Clash of Clans. Okay. Warte. Ich hör mal kurz. Ich sag ehrlich, mein Dorf sieht krass aus. Hey, 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 warum trollst du? Was willst du, Macher, Macher als Macher? Ich such dich die ganze Macher, Digga, Macher. Wer ist Macher? Ah, wer ist aber Macher, Digga? Hä? Yo, 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 was? Oh mein Gott, ich habe einen HP. Digga, steck mal, wer bist du? Komm, farm ich mehr. Komm, er ist unsere Geise. Ich bin eure Geise. Ich bin eure Geise. Komm, down. Komm, down. Look in me, nico, bedanken, bedanken, come down. Seid mal ehrlich, Maximalaka. Hakuna Makantata? Nee, Maximalaka. Nein. Also Maximalaka ist ein guter Mann. Ist definitiv ein sehr schlechter Mann. Was? Spaß. Ich habe mich nicht auf meine Mutter. Ich habe mich. Schönen guten Tag. Kennt ihr mich noch? Ja, wenn du in der Zeitung mit dabei hast. Hä? Kennst du mich noch? Mit deinem Vater. Vater? Ja. Ja, ich bin der vom Helikopter. Kannst du mir auf dir springen? Ich bin mit einem Helikopter gelandet. Auf euch. Ey. Ey, Digga, ey, was ist los mit dir, Mann? Und dann habt ihr rumgeheult. Ach du, Alter. Da war es stinkig. Ja, ich mag euch trotzdem. Ich liebe euch. Was würdest du sagen? Welche Farbe sollen wir machen? Warte, pink. Pink geht nicht. Die Dame will es mir nicht. Ja, das ist mir doch egal, was. Wenn die meinen Schwanny will, dann kann ich der das geben. Darf er so, darf er so. Werden ihr Drogen verteilt? Hallo? Werden ihr Drogen verteilt? Oha, Junge. Ja, ich kenne sie doch. Mann, Nettie, du bist jetzt still, ja? Hallo, mein Hanout. Hallo. Können wir bitte alle zusammen Kaka machen? Ja. Jo, wie viele wart ihr denn auf das Messe, ne? Für einen großen Mann müssen wir auch eine große Session schieben, ne? Digga, bin ich dir. Ganz ruhig. Jungs, Jungs, hör doch. Oh, der wird geil, Digga. Was für geil, Junge. Du hast alles verfehlt, Alter. Ja, da war doch nicht so gut. Das war wirklich schlimm. Guck mal, ich bin mit dem PD-Wagen hierher gekommen. Bedank dich mal, Digga. Sag mal, danke, Baby. Bitte. Danke. Ich hab diesen Schlucker gehört, Digga. Ich hab diesen... Oh, 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 oh. Fahren Sie weg. Gehen Sie weg. Ich sehe ihn aus dem Wagen gleich. Ey, wenn du nicht rüstst, bei Gott ist scheiße. Wenn du nicht rüstst... Dann haben wir verloren, dann haben wir verloren. Bei Gott. Ja, die Herrschaften... Was ist denn los? Ah, das sind doch selber keine Piler. Fahr mal weg, Alter. Was ist der Herr... Ey, scheiße. Vorrat mal, der schießt. Der schießt. Fahren Sie bitte auf, ja? Ey. Die Herrschaften. Halt mal dein Maul, bitte. Jetzt nochmal, Taser, muss ich schießen. Okay, okay. Hanno, es knallt. Amo, 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 Hiefe, Hiefe. Alles gut, alles gut, alles gut. Sag mir deine ID. Meine ID? Hey, warum, warum ID? Hallo, Mahanno. Ey, ja? Was ein Schwanz. Jetzt sind wir zusammen vereint. Wir sind das Video. Alles klar, bringen Sie uns dann runter? Ich weiß nicht, ob ich euch hier überhaupt trauen lassen darf. Das ist die zweite Frage. Dürfen wir Admin-Rechte haben? Wir hatten mal Admin-Rechte bei Infinity Live, ja? Soll ich mal gucken, ob ich die PL hier rankriege? Ja. Ja, hol mal ran hier. Lass mal einen orientalischen Kai trinken mit ihm. Was bist du? Äh, Mod. Auf zu lachen. Mod? Ich brauche einen Tag Projektleitung zu werden, Alter. Was für ein Mod, Alter. Ey, sorry, Mahanno, ich wusste nicht. Jetzt reicht es mir aber. Oh ja, schön. Ey, die Dame kann man sie für den Herrn, also der Herr, ich bin jetzt ganz ehrlich, der Herr hier links von ihm, der gefällt, also wie soll ich das am besten sagen? Sie sind sehr hübsch für ihn, so. Und er wollte einfach sie auf so ein Bubble-Tier einladen oder vielleicht mal so eine Runde Monopoly mit ihm spielen. Sag mal leise hier. Er würde gerne mit dir ein bisschen Monopoly spielen, weißt du, wie ich mein? Na, hör mal. Was für, na, hör mal. Wir müssen leider los. Äh, das ist eine Lüge jetzt. Nein, das ist keine Lüge. Nein, sie bleiben hier jetzt stehen, ja? Mein Zollstock ist auch so eigentlich meine Antenne. Ja, genau, mein Zollstock. Hä? Also was hat das jetzt gebracht? Hä? Oh mein Gott. Fashion Show hier. Verdammte Stolz, Scheiße, Mann. Aufstehen oder es knallt. War ja so ein Taser. Oh, oh, oh. Geh weg, Manity. Ich, ich mach das schon. Äh, äh, äh. Hallo, Manity. Manity, Manity, bist du dumm? Hä? Ich wurde gebahnt. Ich weiß. Hallo, Babys. Hashtag gegen Waffengewalt. Sind Sie dafür oder dagegen? Was ist denn das jetzt hier? Ein Kino. Hey. Ist auch nur einmal zu zeigen. Alles gut, alles gut. Ich bin viel Waffengewalt. Kann man sich bewerben? Äh, gleich. Ich muss, äh, hier. Warum schreist du? Und? Kleiner Mann neben mir. Wie geht's dir? Gut. Das ist heute. Ach nee, du bist auf der Tür. Ja, das ist, das ist der Türke. Ach, sind Sie nicht dieser Cracky, der hier uns meinte mit, mit so, Ja, ja. Gehen wir was anderes an und so? Ja, ja, das ist der, das ist der. Oder wer bist du eigentlich? Was denkst du, wer du bist, du kleiner Schlampensohn? Warum beleidigt der? Ich wurde gerade als Schlampensohn betitelt. Ganz rück jetzt. Jungs, 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 wir können das klären. Wir können das klären. Wir können das klären. Hallo, hallo, hallo. Ey, Mann. Warum, warum, warum? Kläre mir, warum, warum. Und noch ein Bann wegen Zon. Noch zwei Stunden Bann. Ich? Ja. Nee, ich will keinen Bann. Mann, ich kenn dich doch, oder nicht? Oh, nee. Bist du nicht so ein YouTuber, oder nicht? Von, von, von wem hast du das Auto bekommen? Wem Auto? Hab ich geklaut. Wir geklaut. Ja. Ja, Bier, liefern Sie mir den mal aus hier. Ich werde mich auch um die beiden kümmern. Hallo, Leute. Ich brauche doch mal ein Uprank, glaube ich. Uprank? Ja, ich glaube, schon die Woche ein Uprank. Guck mal, ich habe gerade zwar nicht verstanden, was du gesagt hast. Hallo, Leute. Ihr müsst auf dem Server Lightlife. Das ist der beste Server. Start the camp. Und ja, ciao. Warte mal, also ich glaube, dass... Oh, dicker, was ist das? Ey, Bruder, dreh dich rück, Digga, dreh dich rück, Digga. Ich zeig mein Schirm. Bruder, du bist bereit, als ich lade. Boah. Das ist ein geil, Lass. Damn, what is this, man? Hallo. Wir sind die Affenbande. Wir sind quasi so Türken und sie sind tot. Ey, 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 warte, warte, meine Waffe geht fort. Ich füro. Bitte. Ey, ey. No. Mach mal raus, komm mal raus, komm mal raus, Digga. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, hör auf jetzt. Komm mal her, Baby. Schlau. Entspann dich, es gibt doch ein Leben hier außerhalb des Spieles. Was zum Spiel ist? Sind die da? Ey, Mainty, mach mal ein bisschen, bitte noch mal ein bisschen Assen mehr. Dieses Trinken, ich will dieses Trinken-Sound noch mal, dieses Trinken. Ich, ja, okay, warte. Komm mal, ich habe sogar eine... Also, ihr wollt einreißen. Du machst erst mal dein Loch im Bauch, dein Bauch, dein Loch im Bauch. Ich habe ein Relive, aber auch ein Loch im Bauch. Ja, das juckt mich nicht, trotzdem gehst du das... Ey, bist du cool, bist du cool? Spaß, 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 du bist cool, du bist cool, du bist cool. Kannst du ihm einfach das Gimmel-Video geben? Ich habe dafür keine Rechte. Wofür hast du Rechte? Fürs Koch-Cliff. Kannst du Leute bannen? Nee, nur kicken. Ja, dann halt einfach dein Maul. Aber wir nicht. Ey, ich schick das nicht. So, ey, yo, stehen bleiben. Aussteigen, aussteigen. Okay, okay, okay. So, jetzt sagst du bitte... Hände hoch oder es knallt, Hände hoch oder es knallt. Hände hoch oder es knallt, verdammte Scheiß von oben. Hände hoch oder es knallt, 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 Händchen. Wer, wo ist er, Digga? 100 Dollar, Digga, wer mit Wischmeck auch... Ey, gib ihm. 100 Dollar kann ich deine Mutter ficken. Wow, dafür, das, dafür. Was warst du, Digga? Hallo, ich sehe euch nicht. Halt deine Fresse, du Hurensohn. Guten Tag. Oder solltet ich auch sagen, Salami Aleikum. Wer hat das was für dich? Sexgenning. Ja, man hört, dass du so ein Gleckmeyer-Fanboy bist, ne? Nee. So, jetzt geht's los. Aber redet da. Mensch, Digga, was ist denn mit dem Mikrofon? Mensch, hier, red mal nochmal. Ja? Was ist das jetzt? Dieses Mikrofon, du hast, glaube ich, ein Laptop-Mikrofon. Hallo, hallo, einmal stehen bleiben, bitte. Einmal stehen bleiben, bitte. Ihr habt mich gerade EDM'd, ne? Das hab ich auch gesehen, ha, das hab ich auch gesehen, also hier. Euer Statement hier dazu. Statement, du hast vernehmlich geschützt, selber schuld. Ganz einfache Sache. Wie, wo hab ich vernehmlich geschützt, hallo? Soll ich hier meinen Zollstock auf euren Motor klatschen oder... Das ist so, ey, ich bin ein Arsch. Okay, ich bin ein Arsch. Ich bin ein Arsch. Das ist aber, wenn wir gar nicht mehr da sind. Ah, seid ihr, rät's für ne Arsch. Fick des. Fick des. Fick des. Warte, 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 eine Frage hab ich noch, eine Frage hab ich noch. Fick des. Ja? Oh, Digga, ich heiße Morda. Ey, chill dich, Frau Morda, chill dich. Ach, wieso Morda? Ich heiße Morda. Hör mal hoch mit dir, was ist los? Ich weiß es. Wieso keine Morda? Deine Mutter? Schwerst du dich gar nicht? Hände, das knallt, Hände, das knallt. Okay, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, jetzt stirbst du. Du trägst Morda. Ja, ne, blauen Anzug gegeben, ne. Gib mal roten, ne, oder reißt Mordmenü nicht aus. Nö, ich bin hier Atman. Das ist so wahr, ja. Ich bin ein Morda, ich wette jetzt nicht an 7 Newton. Nein. Ähm, Leute, ich würde dann einfach sagen, wir ziehen weiter. Geh mal gerade auch so nach links. Polizei, Hände, oder das knallt. Zeig mir deinen Tellstack, Mann. Ja, und jetzt ist Luca auf YouTube, danke. Okay, ich geh jetzt drauf und dislike. Was ist? Hör mal jetzt auf, okay, Raccoon. Ja, aber ich mach's mal zu lang. Raccoon, ist dein Schwanz so lang wie der hier bei dem Hotdog? Alter, ihr seid doch beide keine Amis, ihr labert scheiße. Ey, RBG, halt mal dein Maul, Mann. Halt dein Maul. Was war denn das denn? Wie er hat geatmet, hat, Digga. Ich merk dir eins, Mann. In dieser Welt kann man niemandem vertrauen. Selbst dein Schatten geht dir fremd. Du riss ein paar aufs Maul, wenn ich mich anschießt.